Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat mit Blick auf das Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising falsche Angaben eingeräumt. Einer Erklärung zufolge geht es um Angaben zur Teilnahme an einer bedeutsamen Sitzung im Jahr 1980. Benedikt hatte erklärt, an der Sitzung nicht teilgenommen zu haben. Nun revidierte der Geistliche seine Angaben. Allerdings stecke keine böse Absicht hinter seiner Falschaussage, sondern sie sei Folge eines Versehens. Die Ordinariatssitzung vom 15. Januar 1980 gilt als zentral für den späteren Einsatz des Priesters Peter H. in Gemeinden des Erzbistums. H. war wegen Pädophilie vorbestraft. In den Gemeinden missbrauchte der Geistliche später erneut Kinder. Der später emeritierte Papst Benedikt XVI. leitete in der fraglichen Zeit als Erzbischof Josef Ratzinger das Erzbistum München. Der Inhalt des Münchner Gutachtens sorgte in der katholischen Kirche und darüber hinaus für eine Welle der Empörung. Auch die Bundesregierung zeigte sich fassungslos. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.